Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter & Krohn. Ich bin der Alex und heute für euch mit einem Tutorial zum Thema Tabletopia. Tabletopia ist eine digitale Spieleplattform und in diesen Zeiten, wo immer mehr Spielemessen digital abgehalten werden, trifft man sich auf diesen Plattformen, um Spiele vorgestellt zu bekommen oder Demorunden zu spielen. Und viele von euch wissen sicherlich noch gar nicht, wie man sich überhaupt dort ja zurechtfindet, wie man das Ganze bedient, wie man die Spiele spielt. Und dafür bin ich jetzt da, um euch die Grundlagen etwas näher zu bringen. Tabletopia ist eine lizenzierte Plattform, also alle Spiele, die dort eingestellt sind, sind auch von den Verlagen lizenziert und zum Großteil auch von den Verlagen dort bereitgestellt. Ihr könnt das Ganze über die Website von Tabletopia aufrufen, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber auch über Steam, den App Store und Google Play ist das Ganze bedienbar. Am Beispiel von die Quacksalber von Quecklenburg möchte ich euch also gleich die Grundlagen zeigen. Und dafür habe ich hier auch ein Setup aufgebaut. Das seht ihr nicht, das ist so ein bisschen off-camera. Also ich habe hier einen Monitor, habe die jeweilige Webseite auch schon aufgerufen. Und da klicken wir uns jetzt also auch mal hin. Wenn ihr Tabletopia.com eingebt in eurem Webbrowser, dann kommt ihr hier auf die Startseite und dort könnt ihr euch zum Beispiel einloggen, wenn ihr ein Benutzerkonto habt und auch gleich schon mal ein bisschen rumstöbern, was es da für neue Spiele gibt und überhaupt für Spiele. Da sieht man schon jede Menge hier auf der Startseite. Aber ganz wichtig, jetzt auch für die Spiel-Digital und auch für andere Spiele-Events haben die Verlage die Möglichkeit, ja solche Playrooms zu erstellen. Und dann könnt ihr die Spiele der jeweiligen Verlage spielen, auch ohne Tabletopia-Account. Also da braucht ihr euch erstmal keine Sorgen machen, ob ihr euch irgendwie anmelden müsst vorher oder nicht. Das ist also nicht nötig. Ihr bekommt dann vom jeweiligen Verlag zum Beispiel über eine Eventseite der Spiel-Digital oder eine Webseite des Verlags direkt eine URL. Und mit dieser URL, die habe ich jetzt hier oben auch schon mal eingegeben, die ist sozusagen je Spiel und Verlag unterschiedlich, kommt man denn auf den jeweiligen Playground, also die Spielzone für das Spiel. Ganz wichtig und seid ihr auch nicht verwirrt, Tabletopia ist aktuell rein englischsprachig, also die ganze Menüstruktur, die ganzen Texte sind dort auf englisch. Allerdings die Spielregeln und Beschreibungen, wenn sie von den Verlagen hinzugefügt wurden und in Deutsch hinterlegt wurden, sind dann natürlich auch in Deutsch. Es ist ja auch so, dass das Spiel selber von keiner KI gesteuert wird oder ähnlichem, sondern das ist so ein Art Sandbox-System. Also Spiele werden dort digitalisiert, als 3D-Grafiken bereitgestellt und das Ganze dann auf einem virtuellen Spieletisch hinterlegt, sodass ihr die Regeln für das jeweilige Spiel auch kennen müsst. Also ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dann kleine Hausregeln zu implementieren. Aber ganz wichtig, schaut euch also die Regeln vorher noch mal genau an. Ich habe mich jetzt hier also zu der Playzone dazu geschaltet und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich entweder anzumelden, falls ich doch schon einen Tabletopia-Account habe, aber das muss ich nicht, sondern ich kann mir hier auch schon mal einen kleinen Avatar aussuchen und meinen Namen eingeben und dann spiele ich einfach als Gast. Das mache ich jetzt hier auch schon mal und jetzt wird quasi der jeweilige Raum geladen. Das ist hier die Lobby, könnte man sagen, in der wir uns jetzt befinden. Hier können weitere Spieler hinzugefügt werden und hier unten habe ich auch schon die Möglichkeit, mir die Regeln noch schon mal runterzuladen oder anzugucken. Hier wurde das Ganze in Deutsch und Englisch hinterlegt. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade in der Lobby von die Quacksalber von Quecklenburg. Wir können selber neue Spieler einladen, wir können hier die URL teilen oder andere Spieler haben jetzt die URL auch schon bekommen und werden uns dann sozusagen joinen. Jetzt in diesem Beispiel bin ich einfach nur alleine. Je nachdem, wie der Verlag das Spiel angelegt hat, kann es auch unterschiedliche Player-Setups geben. Also ihr könnt euch vorstellen, das Spiel für zwei Spieler wird natürlich anders aufgebaut als ein Spiel für vier Spieler. Das ist immer, ja, je nachdem. Man kann natürlich an einem Spiel für vier Spieler auch mit zwei Spielern spielen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel so eine Auswahl. Wenn ich jetzt eher englischsprachig spielen möchte, dann würde ich mich für das englischsprachige Setup entscheiden. Bleiben wir jetzt aber bei Deutsch. Dann nehmen wir hier also das deutsche Setup. Dann klicken wir hier auch einfach schon mal auf Start und dann lädt das Ganze jetzt hier im Hintergrund. Das braucht mitunter ein paar Minuten, je nachdem auch, wie die Rechenleistung so ist. All die ganzen Grafiken, die die ganzen Komponenten, die das Originalspiel auch hat, werden jetzt also hier geladen. Und ganz schön auch schon mal hier, während es lädt, gibt es immer solche Hinweise. Auch das schon quasi Teile, wie steuert man in diesem Simulator. Also das aber halt immer noch auf Englisch. Vielleicht gibt es auch eine deutsche Lokalisierung, die war schon vor einiger Zeit immer mal angedacht. Aber aktuell sind alle Texte, wie gesagt, vom System her auf Englisch. Also da nicht abschrecken lassen. Das Ganze ist dann doch relativ intuitiv, wie ihr gleich sehen werdet. Jetzt ist es gleich fertig geladen. Ihr seht den Fortschrittsbalken und dann befinden wir uns auch in wenigen Sekunden am digitalen Spieltisch. Und ja, dann sieht das Spiel natürlich so aus, wie ihr es auch kennt. Die ganzen Spielmaterialien, die wurden natürlich alle bereitgestellt. Hier seht ihr es jetzt auch schon. Wir springen in die jeweilige Spieleransicht. Was für eine Spielerfarbe wir haben, gibt schon mal unser Kreis um den jeweiligen Avatar hier an. Das ist blau. Und meine Hand selber, die ich hier gerade mit der Maus bewege, die ist auch blau. Die ersten Male oder auch das erste Mal, wenn ihr Tabletopia und ein neues Spiel betretet, dann gibt es hier die Möglichkeit eines Kurztutorials. Also da werden die Dinge, die ich euch jetzt auch gleich nochmal erzähle, grundlegend bereitgestellt. Also was für Tastenkombinationen gibt es hier, dass man das Ganze auch noch in Fullscreen machen kann und, und, und. Das gehen wir jetzt quasi jetzt hier auch schon mal durch und die Steuerung ist relativ intuitiv. Wenn ihr mit Maus und Tastatur das Ganze bedient, das würde ich euch auch empfehlen, könnt ihr mit WASD einfach hier auf dem Tisch herumfahren, also sich bewegen. Das Ganze kann man auch mit linker gedrückter Maustaste machen und dann seht ihr schon, dann ändert sich meine Hand hier in so ein Kamerasymbol und dann können wir hier umherfahren. Jetzt sind wir ja eben in der Spieleransicht gestartet und es gibt auch einzelne Kameraperspektiven. Mit der 1 zum Beispiel bin ich wieder in meiner Spieleransicht, Spielertableauansicht, die Ansicht, die eingestellt wurde vorher. Und mit der 0 bin ich in so einer Top-Down-Ansicht, wie man jetzt auch hier sieht, sind wir jetzt ganz rausgefahren. Und da sehen wir auch schon die ganzen Tableaus für die Spieler, die Zutatenbücher, unseren Wertungstrack in der Mitte, die Wahrsagerkarten und auch die extra Zutaten. Um jetzt wieder weiter rein und ran zu zoomen, können wir das Ganze mit dem Plus- und Minus-Tasten machen oder wir können auch, wenn wir eine Maus mit Scrollrad haben, einfach scrollen und zoomen dann wieder hinein. Jetzt ist ja auch der Kamerawinkel verändert worden in dieser Kameraperspektive. Mit Rechtsklick, also Rechtshalten, kann ich hier dann auch wieder einfach die Kamera rotieren. Und ihr seht schon, dann kann man sich vielleicht ja eine Kameraansicht einstellen, die man ganz schön findet. Und diese Kameraansicht kann man auch speichern und zwar mit der Umschalt-Taste und dann einer Zahl 1 bis 9. Ich würde jetzt vielleicht sagen 2 bis 9, weil die 1 ist ja die Spieleansicht, kann man so eine Kameraposition speichern. Und ihr seht auch schon, jetzt wurde gesagt, diese Kameraposition ist gespeichert. Und wenn ich jetzt auf die 1 drücke, bin ich wieder in meiner Spieleansicht und die 2 drücke, dann bin ich in meiner eben gespeicherten Ansicht. Also da kann man sich schon mal ein schönes Setting vielleicht einrichten, wenn man möchte. Jetzt gibt es ja in Quacksalber von Quecklenburg mehrere Elemente, die man vielleicht auch mal etwas näher betrachten möchte. Und dafür haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel, wenn wir hier so ein Zutatenbuch uns anschauen wollen, was hat es denn eigentlich für Effekte, können wir mit der Maus über dieses Zutatenbuch gehen und können zum Beispiel Z drücken. Dann zoomen wir daran. Das ist jetzt hier in dem Fall vielleicht nicht so optimal, weil das Zutatenbuch liegt ja gekippt oder gedreht auf dem Spielfeld. Ich zoome mal jetzt hier ins mittlere Tableau, auf die Siegpunkteleiste. Da funktioniert das schon ganz gut. Aber wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei einem Doppelklick auf das Objekt, und das mache ich jetzt hier mal bei dem Zutatenbuch, und dann wird das Ganze in groß angezeigt. Und das natürlich jetzt auch nur für mich. Das ist hier auch ein Vorteil, wenn wir in dieser digitalen Umgebung uns bewegen, dass wir hier natürlich alles parallel auch machen können. Also in dem Moment, wo jemand anderes sich mal was im Detail angucken möchte, muss ja nicht das Plättchen rübergereicht werden, sondern man kann das hier dann in groß auf seinem Screen sehen. Das Ganze könnte ich auch mit der Leertaste machen, also Doppelklick oder Leertaste. Eine Sache nur, bei dem Kessel haben wir jetzt unseren Tropfenmarker. Da nicht verwundert sein, wenn ich Doppelklick mache, dann wird nur der jeweilige Kessel angezeigt und nicht die Objekte, die da drauf liegen. Also da, um jetzt vielleicht genau gucken zu können, an welcher Position der Tropfen ist, da müsste ich dann jetzt hier schon lieber eher ran zoomen, zum Beispiel mit Z. Und dann kann ich natürlich auch Z gedrückt halten. Wir sollten hier die Kameraperspektive vom Winkel her auch noch etwas optimieren. Grundlegend wird die Quacksalber von Queckenburg ja frei gespielt, also in der Zutaten-Ziehphase aus dem Säckchen. Und das ist vielleicht hier auch eine Besonderheit. Wir haben jetzt hier Spielerfarben-Säckchen. Im Originalspiel sind die ja alle schwarz. Hier sind die den Spielerfarben zugeordnet. Der Aufbau ist schon so, dass die Grundchips hier im Säckchen sind. Das seht ihr auch, wenn ich über das Säckchen hier gehe, dann kriege ich einen neuen. Also es gibt neun Chips in dem Säckchen. Die Kristalle sind durch, also die Rubine, sind durch rote Cubes ersetzt worden. Da nicht wundern. Und dann haben wir natürlich den jeweiligen Tropfenmarker und den Rattenmarker und auch hier unsere Flasche, die wir ja quasi trinken können. Jetzt wollen wir ja Sachen aus dem Beutel ziehen in diesem Spiel. Das können wir machen, wenn wir hier über den Beutel gehen und dann seht ihr schon, dann öffnet sich dieser Beutel und wenn ich dann einfach normal die Maustaste geklickt halte, dann ziehe ich einen Chip aus dem Beutel und ich habe jetzt hier einen Spinnenschip gezogen und den kann ich jetzt hier ablegen. Und ihr seht auch schon, unter dem Chip ist ein Schatten zu sehen und da an der Position, wo der Schatten ist, da wird man dann den jeweiligen Chip ablegen. Ich habe auch die Möglichkeit, Rechtsklicks zu machen auf vielen Objekten. Dann öffnet sich nochmal ein Menü und je nachdem, was es für ein Objekt ist, habt ihr da folgende Möglichkeiten. Bei dem Säckchen habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, diesen Sack zu rotieren, also umzudrehen. Das macht wenig Sinn. Ich kann aber, wenn ich ja manchmal auch mehrere Chips gleichzeitig aus dem Beutel ziehen muss, einfach sagen, ah ja, ich möchte jetzt zwei Chips ziehen, dann werden hier zwei Chips aus dem Beutel gezogen. Also einen Chip kann ich dann nehmen, ja, die waren jetzt hier beide noch quasi zusammengefasst, den kann ich dann einfach nehmen und hier ablegen. Den anderen Chip, wenn ich den jetzt in den Beutel legen will, halte ich ihn wieder über dem Beutel, bis der Beutel sich öffnet und dann lasse ich einfach los und das verschwindet im Säckchen. Bei Spielen, wo zum Beispiel eine Spielreihenfolge, also im Uhrzeigersinn oder eine feste Spielreihenfolge sehr wichtig ist, gibt es auch die Möglichkeit, hier in der Ecke das quasi einzustellen. Seht ihr ja schon rundenbasiert im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder etwas flexibel. Das kommt dann immer je nachdem, was für ein Spiel man da hat, drauf an. Und ihr habt auch die Möglichkeit, euch im Spiel, hier unten ist so ein Dokument-Icon, auch schon mal die Regeln nochmal anzugucken, falls es da gewisse Unklarheiten gibt. Aber ich würde euch natürlich empfehlen, dass ihr vorher die Regeln euch anschaut oder ihr seid in einer Demo-Partie, dann wird sicherlich auch noch ein Spieleerklärer mit in der Partie sein und euch die Regeln erklären oder etwaige Fragen euch dann natürlich beantworten. Das bringt uns auch schon mal zu dem Punkt, ihr unten seht es vielleicht hier in der Ecke. Es gibt vom Tabletopia aus eine Chat-Funktion. Ja, da kann man sich sozusagen schreiben. Ein Audio-Unterface gibt es aktuell nur, wenn ihr das Ganze über die Steam-Applikation geladen habt und zum Beispiel während der Spiel-Digital- oder anderen Spielevents wird oft ein separater Discord-Server verwendet und so ist es auch bei der Spiel-Digital. Da müsst ihr also auf dem jeweiligen Discord-Server dann von dem Verlag, dem Bereich, euch vorher zugeschaltet haben und darüber wird dann Audio, also der Austausch mit dem Spieleerklärer, Spieleerklärerin stattfinden. Ansonsten könntet ihr hier nur euch kleine Nachrichten schreiben. Was haben wir noch natürlich für Elemente? Es gibt Karten und Würfel. Fangen wir doch noch mal weiter mit dem Würfel an. Würfel möchte man natürlich rollen, um Objekte einfach aufzunehmen. Klickt man einfach auf sie mit linker Maustaste gedrückt, kann man diese Objekte einfach nehmen, wie auch die Chips. Und wenn ich jetzt einen Würfel werfen möchte, dann drücken wir einfach R für Roll, also auch hier wieder die Englischsprachigkeit, R für Roll. Oder ich kann auch wieder Rechtsklick machen und dann sehen wir hier auch das Menü, das sich öffnet. Das hat jetzt etwas andere Menüauswahlpunkte, nämlich Rollen. Und auch da wird wieder gleich der Shortcut, also die Taste eingeblendet. Oder man kann den Wert eines Würfels auch auf eine Seite setzen. Das ist jetzt hier auch ein sechsseitiger Würfel. Der hat natürlich Symbole statt Zahlen. Aber wenn ich jetzt wüsste, ja, der Wert 5, also der Wert 5 ist hier quasi das Symbol mit den zwei Siegpunkten, so kann man einen Würfel auch auf eine bestimmte Seite setzen, falls das interessant ist. Hier haben wir unsere einzelnen Zählsteine. Auch die kann man wieder einfach anklicken und nehmen und auf den jeweiligen Bereich setzen. Genauso natürlich, wie wir hier oben den Rundenmarker, die Flamme haben, den kann man dann von Runde zu Runde sich hier hinsetzen. Karten, ja, sind jetzt hier auch schon als Kartenstapel bereitgelegt worden. Auch hier könnt ihr quasi den ganzen Stapel bewegen. Das braucht ihr erstmal so im Spiel nicht, wenn ihr das anklickt. Wenn ihr Doppelklick macht, wieder seht ihr natürlich hier die Karte im Detail. Das ist dann die Rückseite. Und wenn ihr Rechtsklick macht, öffnet sich wieder das Menü. Und da können wir dann zum Beispiel auch sagen, wir wollen jetzt eine Karte nehmen. Die ist jetzt natürlich noch mit der Rückseite nach oben, so wie der Stapel auch ist. Das können wir relativ schnell ändern. Wir klicken die Karte an und drücken F für Flip, also für Umdrehen. Und dann haben wir die Karte aufgedeckt. Möchten wir die Karte jetzt zum Beispiel auch drehen, können wir das mit Q oder E machen. Und so kann man die Karte auch nochmal drehen. Aber auch hier wieder, um sich die Karte vielleicht im Detail schnell anzusehen, ohne da jetzt großartig ranzoomen zu müssen, einfach Doppelklick auf die Karte und schon sieht man hier die Karte groß im Bild. In dieser Runde wird jeder Orange Chip zusätzlich ein Feld weitergezogen. Und so kann man dann weitere Karten letztendlich ziehen. Möchte man jetzt eine Karte wieder zurück auf den Stapel legen, können wir sie wieder anklicken. F drücken für Flip, die Karte wird wieder umgedreht. Und wenn man Sachen auf einen Stapel zurücklegen möchte, seht ihr jetzt, das ist jetzt hier Orange geworden. Und dann legt man die Karte oben auf den Stapel wieder ab. So ist es also auch hier, dass ich hier wieder Stapel von Chips im Ganzen nehmen kann. Aber ich möchte ja meist nur einen nehmen, deswegen ein oder zwei mir wieder auswählen. Dann habe ich hier diesen einen Chip. Dann kann ich den zum Beispiel nehmen und in meinen Säckchen, ich drücke jetzt mal die 1, damit ich wieder auf meinen Spieleransicht bin, in meinen Säckchen nehmen und zu meinem Säckchen hinzufügen, wenn ich dann jetzt zum Beispiel so eine Zutat gekauft habe. Ihr könnt natürlich auch aus irgendwelchen Gründen, wenn hier Stapel umfallen oder Chips einfach so beiseite gelegt werden, dort einfach liegen lassen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Man muss nicht mehr aufräumen, wenn so eine Partie beendet ist. Immer wenn man eine Partie neu startet, sind natürlich die ganzen Materialien wieder an Ort und Stelle. Ja, hier ist vielleicht noch mal gesagt, der Verlag hat immer die Möglichkeit, unterschiedliche Setups natürlich bereitzustellen. Das ist jetzt hier so als Einführung, das Spiel kennenzulernen natürlich. Die Zutatenbücher, die sind jetzt hier gerade gelockt, dass sie also fest auf dem Tisch liegen. Das kann man natürlich auch entsperren. Sie sind jetzt hier auch nicht zweiseitig. Es wird sicherlich noch weitere Materialien geben, sodass man auch mit den ganzen zusätzlichen Büchern spielen kann. Aber hier soll man natürlich jetzt erst mal einen Eindruck über das Spiel gewinnen. Und so sind jetzt hier die Grundmaterialien letztendlich zur Verfügung gestellt worden. Um vielleicht auch noch mal das Flippen zu verdeutlichen, hier an diesem Trank, das ist jetzt keine Karte, sondern ein Plättchen, aber das funktioniert genauso. Mit der F-Taste können wir unseren Trank umdrehen und natürlich dann den benutzten Trank so wieder ablegen oder wieder aktivieren und das Ganze dort ablegen. Sollten wir Rubine ziehen, dann ist das ähnlich wie mit den Chips aus dem Sack. Ich kann ja entweder ein Rubin nacheinander rausziehen oder mit Rechtsklick kann ich das Menü öffnen und mir mehrere Rubine rausziehen. Und ja, die kann ich dann hier einfach in meinen kleinen unten Rubin-Säckchen aufs Tableau ablegen. Ich kann auch mehrere Objekte markieren oder auswählen. Und zwar drücke ich da wieder die Umschalt-Taste, die lasse ich gedrückt. Und dann wähle ich jetzt hier die drei Rubine aus. Die kriegen dann auch so einen leicht bläulichen Schein, weil Blau meine Spielerfarbe ist. Dann kann ich das jetzt hier gedrückt halten, habe alle markiert, gehe hier mal nach oben zum Säckchen. Das öffnet sich und jetzt habe ich alle drei Rubine auf einmal dort ins Säckchen gelegt. Sollte es dann immer mal noch Fragen gehen, was kann denn vielleicht welches Objekt überhaupt? Kann ich das drehen, flippen oder wie sieht es aus? Kann man auch mit seiner Hand auf so ein Objekt gehen? Ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal auf diesen Marker und die Fragezeichen-Taste drücken und dann öffnet sich das Menü. Und das sind die jeweiligen Möglichkeiten, mit denen man mit diesem Objekt agieren kann. Auch hier wieder natürlich auf Englisch, aber das ist auch eingeblendet. Die Tasten in Gelb oder die jeweiligen Kombinationen mit Mausklick links und so. Das sollte also relativ selbsterklärend sein. Und ihr habt auch noch mal die Möglichkeit, hier unten neben eurem Avatar auf das Fragezeichen zu klicken. Und das öffnet euch eine ganze allgemeine Übersichtsseite mit allen möglichen Sachen, wie ihr mit Karten, mit Würfeln und, und, und interagieren könnt. Und das Ganze, ja, muss man denn sozusagen hier einfach nur noch mal wieder wegklicken. Und dann befinden wir uns auch schon wieder im Spiel. Wir haben natürlich bei die Quacksalber von Quecklenburg keine Handkarten. Das vielleicht aber noch mal kurz erwähnt. Sollte man Handkarten haben, dann würde man hier eine Karte nehmen. Jetzt habe ich hier mal alle aufgedeckt, aber ich nehme jetzt hier sozusagen nur mal eine. Und gerade ist das hier aktiviert, weil es hier keine Handkarten gibt. Aber ich würde dann die Karte an den unteren Spielerrand ziehen, so wie ich hier mache. Und dann würde so ein weißer Schein erscheinen an der Kante. Und dann lasse ich die Karte los und dann wird sie zu meiner Hand hinzugefügt. Und diese Handkarten sehen denn die anderen Spieler nicht, wenn ich sie dann umdrehe, aufdecke sozusagen. Möchte ich dann das Spiel verlassen oder eine Pause machen oder sowas, dann gehe ich hier oben auf das Tabletopia-Icon. Das zeigt mir erst mal an, in welchem Spiel ich mich hier überhaupt noch mal befinde. Und hier seht ihr schon, habe ich denn die Möglichkeit, auf Pause zu klicken, zu beenden oder eine Partie neu zu starten, den Raum generell zu schließen oder einfach nur noch mal zurück in die Lobby zu gehen, weil man vielleicht noch mal auf dem Spielfreund wartet oder jemanden noch mal neu hinzufügen möchte. Dann kann man das hier in der Lobby tun. Und dann kann man hier auf Continue, also auf Weiter klicken und dann ist man wieder in dem gleichen Raum und kann weiterspielen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kurzen Einblick bekommen, wie ihr euch in Tabletopia ja zurechtfindet. Mit Maus und Tastatur spielt sich das Ganze noch am besten. Man muss auf jeden Fall mal ein bisschen reinkommen, keine Frage. Aber durch diese Hilfetasten, die man dort hat und diese kurzen Tasten, dann kann man schon relativ schnell sich zurechtfinden nach ein bisschen Übung. Und natürlich, es ist nicht das Gleiche, wie am Spieltisch zu sitzen und die Pappboards und Marker zu berühren. Aber in der jetzigen Zeit ist es auf jeden Fall eine gute Bereicherung. Und mitunter darüber hinaus kann man natürlich auch viele Spiele, die man noch gar nicht hat, kennenlernen auf Tabletopia. Entweder kostenlos quasi, wenn es bestimmte Events gibt und die Verlage dort die Spiele zum kostenfreien Spielen zur Verfügung stellen. Oder man möchte dann den vollen Umfang von Tabletopia genießen. Dann muss man sich dort anmelden und kann dann dort eine Vielzahl von Spielen, Spielen, Anspielen, auch neue Kickstarter-Projekte und, und, und. Da könnt ihr also mal stöbern. Es gibt auf jeden Fall von Schmidtspiele auch die beiden Erweiterungen, die Kräuterhexen und die Alchimisten. Also auch da könnt ihr das jetzt mal kennenlernen und schauen, ob das was für euch ist. Ich würde mich jetzt an der Stelle verabschieden. Solltet ihr noch weitere Fragen zu dem Thema Tabletopia haben, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt euch darüber auch austauschen, wie ihr dann vielleicht gut umgeht oder welche Tastenkombinationen oder welche Sachen ihr eigentlich ganz gut findet oder mit welchen Sachen ihr da gut agieren könnt. Dann verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund. Ciao! Bis zum nächsten Mal.